Yo, Friends, ich habe meiner Schwester eine richtig fette Challenge gestellt. Wir sind beide ziemlich aufgeregt und wir hoffen, dass es nicht komplett in die Hose geht. Aber ich bin tatsächlich guter Dinge, denn meine Schwester wird ihr Lieblingsbild aus meinem Buch malen. Es wird der Kompass sein. Und der hat tatsächlich einen mittleren Schwierigkeitsgrad, deswegen bin ich gespannt, wie meine Schwester das am Ende umsetzen wird. Wir fangen jetzt nämlich an, das Papier ein bisschen realistischer aussehen zu lassen, denn das Ganze soll ja aussehen wie Fetzen. Dafür malt ihr am Rand schwarze Farbe und wischt ihr dann immer mit euren Fingern in die Mitte. Im nächsten Schritt haben wir jetzt dafür gesorgt, dass das Papier ein bisschen älter aussieht. Mit ganz viel Wasser und wenig schwarzer Farbe haben wir das Ganze dann so ein bisschen alt aussehen lassen. Das ist der Zwischenstand und im nächsten Part geht es weiter.